Jetzt sieht man Rebellion, aber egal. Jo, hier sind wir wieder. Eigentlich musste ich die an Moderation machen, aber er hat sie mir mal wieder geklaut. Ja, ich bin mir gleich. Wenn du mir an Moderation machst, dann mache ich die ab Moderation. Das besprechen wir dann nachher. Jetzt im Video ist es. Schnell, hacken, schnell, 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 schnell. Was heißt hacken? Da hinten, da ist so ein Ding. Du musst mitkommen. Warum? Ja, hilf mir einfach. Ja, ich komme mir schon. Boah, der hält mich ja richtig hart ab. Ich muss das hacken. Und ich darf nicht sterben. Ja, okay, geschafft. Warum musst du das hacken? Ja, weil sonst wird unser Garten bombardiert. Dann bekommen wir immer so ein bisschen Schaden. Oh, da hinten ist noch einer. Sie ist mein Hackstund. Ich halte sie von dir fern, weil ich kann besser killen. Oh. Ich hoffe, ich erreiche noch die 100 Kills. Ich hecke, eine Blume kann auch gut hacken. Am besten sogar. Nein. Alle hacken gleich schnell. Ich weiß. Aber zum Beispiel, das kann ich so gut hacken. Scheiße. Scheiße, scheiße. Mach doch eine Heilblume. Ich habe nicht. Ich war richtig laut, Digga. Ich war richtig schlau. Hier ist nichts mehr, ne? Da hinten hast du noch mal. Ähm, Hacken, wo ist was zum Hacken? Da hinten. Da vorne. Da ist immer so ein Ding abgebrochen. Ja, ich weiß. Ich sehe schon, aber hier kommen jetzt die Zombies. Mach schon mal. Die Zombies werden nicht da. Okay. Nur mich. Ja. Äh, ja. Ich brauche die dann mal ein bisschen. Ja, ich komme mir. Ich bin hinter dir. Oh. Hä? Ich kann nicht die Sachen jetzt. Alter. Perfekt. Nein. Nein, 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 nein. Heil mich, Heil mich, Heil mich. Heil dich doch die ganze Zeit. Alter, du wirst richtig langsam geheilt. Richtig vor allem, ne? Oh, ich habe 82 Kills. Noch 18. Dann habe ich meinen Challenge. Ey, kommst du und sag Zombie einfach mal so, ne? Ich frage mich, was da hinten steht. Ich will es nicht wissen. Ich auch nicht. Aber ich wette mit dir, es ist ein Sarg zum Mühe. Ne, es ist ein normaler Fußsoldat. Echt? Ich dachte, es ist ein Ausdauer oder so. Hä? Guck mal, ich habe einen Barak. Was denn? Eigentlich bist du voll geheilt, aber bei mir sagt der, du musst noch einmal geheilt werden. Bleib mal kurz stehen. Ja, egal. Es ist so einer. Es ist... Der war so einfach. Noll. Noch 17 Kills. Oh, ich habe 25, du 83. Ich glaube, ja, ich bin der Beste. Ich bin der Beste, ja. Ja, ich weiß. Wir müssen nicht jubeln. Ich muss ein bisschen meine Skills trainieren, ne? Ja, ich meine auch. Auf jeden Fall noch meine. Ich mache jetzt mal hier so einen Bomber rein. Wie heißen sie? Oh. Ich weiß gar nicht gerade, wie sie heißen. Aber hey, eigentlich weiß ich das. Zack. Oh. Ich mache noch kurz den Dixi-Clo, dann komme ich. Ja, ich mache hier gerade den All-Star mal so ein bisschen, ne? All-Star ist nicht so hart wie Dixi-Clo. Nein. All-Star ist härter als Dixi-Clo. Wenn man sich... Komm, dann bist du auch schon ein bisschen geheilt. So. Ah, shit. Hashtag beste Mobilität von Shadow. Nein, schon wieder. Oh, du bist ein... Ey, Mann, jetzt bist du noch schlauer geworden. Ja. Warte, ich mache das gleich, wenn du eine Forme bist. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja, vielleicht erzählst du dir mal noch so. Surprise, Pünktchen, Pünktchen. Denken sie sich nur, aber ich mache da... Oh, One-Shot. One-Hit. Ich brauche ich denn mal so, ne? Ja, ich konnte gerade nicht... Ähm, ja, also die Kamera, die sollte ja nicht so regulieren. Obwohl, ich habe die sogar besser gemacht. Jetzt sieht man die ein bisschen, die Attacken, die super Attacken. Ach, super Attacken. Ey, was machst du da hingemacht? Da kommen immer... Äh, Unheilpilz. Da kommen immer Bambusviecher rein, aber egal. Ja, ich habe mal Unheilpilz, das ist mal was anderes, das ist ja auch gut. Die, die machen zwar mehr Schaden, aber... Oh, nein, 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 ja. Das kommt nah. Das, das Invasion. Also aber, weil ich mag, ich mag, also diese Vampir-Typie, dann diesen... Geh du nach hinten, ich gehe hier hin. Ich versuche, den ein bisschen abzuhalten. Uh, ich habe gerade einen schwarzen, ähm, Dings hier. Wie heißen sie? All das da... Oh, ziemlich viele. Zu viele. Oh, nein, unser Garten, unser Garten, unser Garten, unser Garten. Ja, ich. Soll ich Selbstwiederbelebung machen? Nein, mache ich, mache ich schon. Mach ich. Oh, schaffe ich. Hallo, Heilung, 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 aber auf jeden Fall. Ich kann ihn gerade nicht einsetzen. Geh, nach oben, komm. Hier lang. Ich weiß. Oh, Mann, schade, dass wir keine Schnelligkeit haben hier. Erbsen werden jetzt ein bisschen... Oh, nee, ein Sarg-Zombie steht da, ne? Ich sehe dich auch als Sarg-Zombie. Bin ich auch, Sarg-Zombie? Oh, nein, oh, nein. Hilfe. Ja, ich mache schon. Sehr low. Ich habe auch. Ich gehe wieder voll. Nee, bin ich nicht. Ich bin nicht sehr low. Oh, Mann. Alter, es gibt ihm gerade richtig viele Heller. Oh, ich bin gerade ein bisschen ruhig irgendwie. Da habe ich auch. Oh, Mann, oh, Mann. Hier, 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 hier. Ja, ich halte mich doch gerade ab. Ja, nein, ich meine... Oh, Entschuldigung. Boah, hier sind so viele Zombie. Ich werde nicht geheilt, Mama. Nein, zwei HP. Ach du, ja, gut. Och, Mann, ich konnte nicht mehr schnell genug... ...wiederbeleben. Aber so richtig, oh. In your face, oh. Nee, das nächste Mal machen wir Erbse... ...und... ...und... ...Kaktene. Hä, Erbse und Sonnenblume. Aber dann bist du die Sonnenblume, nicht ich. Lass mich lieber die Erbse sein. Oder lass beide Erbse sein. Aber dann können wir uns nicht heilen. Doch, wir haben Heilblume. Stimmt, ich habe genügend von denen. Ich habe über 100. Ich glaube, ich auch. Ich brauche noch drei Kills. Noch drei Kills, dann habe ich meine Challenge geschafft. Lass mich den Allstar machen. Ja, aber ich mache schon mal Vorsorge, oder? Sieben Minuten schon. Ich muss auch mal im Augenwinkel haben. Ja, das ist gerade ein bisschen problematisch mit dem... Ich gehe hin. Yo, wie schnell ist der denn bitte? Ich sollte mal mehr aufladen hier. Ich sollte mal mehr mit Aufladen kämpfen. Hallo, wo ist der? Aber wir sind bei Welle 15. Das ist aber auch nicht gut. Aber das ist auch nicht gut. Nah an unserem Rekord, aber nicht das Beste. Nee, unser Garten ist einfach zu pussy und so. Zu pussy vor allem. Ja, zu pussy, zu schlecht. Oh, ich brauche eine kleine Heilung. Was sagst du? Ich habe ihn, oder? Nee, du, okay. Ah, ist ja auch egal. Oh, warte, lass mich bammeln. Ich mag bammeln. Bombusse. Bombusse sind so schön befriedigend. Ähm. Hast du was falsch verstanden? Was? Hast du was falsch verstanden? Nein. Feuer und Feuerblumen. Sniper. Sniper und Schleim. Also Feuer ist richtig effektiv. Feuer macht 20 Schaden Damage. Äh, schluss. Feuer ist gut. Und Eis eigentlich auch, aber Eis. Eis macht da für weniger Schaden. Ja, es ist, da werden die Gegner aber langsamen und das auch schön. Ja. Mit, ähm, mit dem ganzen Matrixismus-Zombies kann man sich darüber schlau machen. so nicht bei mir kommt ein wissenschaftler bei mir ist ein wissenschaftler genau neben mir und ich habe die ganze nichts unternommen wo bist du überhaupt ich bin hier unten du müsstest mich eigentlich sehen können aus dem buch kann heilung erstmal ich habe ich habe meine eigene ja ich auch oh nee gift 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 und ich bin laut ich ich werde gut geheilt ich habe 104 kills challenge geschafft ich habe 39 du musst erst mal zu 50 kommen okay ja gut ja ich bin auch nicht schlecht so es ist nicht du bist nicht schlecht du bist mehr für ja ich will sie sofort aber ich bin ja aber die anderen freunde von hier sind sie nicht so gut wie ich das stimmt ich habe das spiel auch nicht selber darum und ich war da unten ach ich war ein trip die jetzt alle hier sollte ich meine pflanzen setzen man nein bist du tot ja warum auch immer warum ich gerade gestorben und warum wohl ja das ist nicht schlecht man du musst einfach nur mehr trainieren was irgendwie nicht geht doch ich will mal das zweite spiel ja mal und mario maker habe ich mir schon umschuldet auch schuldet auch schuldet auch ich bin da richtig geil gekillt einfach mal so ich bin gerade einfach mal so gekillt so als das ganz normal ich bin voll ich bin voll dir digga oh jetzt krieg ich den headshot headshot ich müsste mal in einer runde 200 kills machen nur mal so vielleicht ist das ein bisschen in einer runde also und dann einer runde also eine welle nein ich bin ich bin am sterben ich weiß ich sehe das vier wo bist du ich bin hier unten kommt doch mal an ey du bist schlau ach so ich weiß was das ist okay ich brauche eine heilung warum habe ich da auch bin ich dumm ich habe da und gerade das ist das drachen maul wie heißt das ist nicht so schlimm ich mache auch ein paar choy ja die sind richtig geil die geben einmal einen overkane dann 70 schaden ja die in den normalen pläser ist ein bisschen die auch richtig overpowered ja die machen sehr viel hier wenn du einen Spezialdinger draufsetzt weißt du was Spezialdinger ist ja dann gehen die richtig ab dann verteilt die in jede richtung ich weiß so ich bin voll in jede richtung ich will jetzt nicht wissen welche richtung genau links rechts nach oben und nach unten ups okay packt scholl verteilt hier alles warte ich lass packt scholl die Arbeit machen Barmacher das geile ist der gibt ja richtig ihre links rechts los gibt die Wien die Wien beim haben noch mal die Wien 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 auch ich mach grad hier endlich ist es ein kaputtes Rammstein ja es bringt 100 Münzen jetzt muss ich selber haben wieder ein bisschen Kills waren äh ja ich auch und ich brauche sollte auch mal wieder Leben fahren du hast fast 50 aber auch 100 sind schon echt viele da kann man sich nicht beschweren und rachenmolchen braucht auf jeden Fall eine Heilung jemand hat scheu verteilt hier richtig guck mal wie der abgeht da oben dann sieht man meine Hand nö okay gut mhm warum hab ich eigentlich grad meinen Arm raus gestreckt weißt du wie viele er gerade aufeinander gekehrt hat vier Stück hat er gerade gekriegt ne ne er ist einfach besser als ich nein du schaffst es du machst es und du bist tot echt oh hab ich nicht bemerkt ich hätte eine Blume setzen sollen bin ich dumm aber hey ach wir sollten gleich ähm bald dann mal ne komm her oben auf jeden Fall nach oben den Garten geht es nicht so okay ich glaub wir bleiben jetzt alter Mann was macht er da hinten warte ich snipe denn weg ich bin snipe einmal hast du ihn? ne oh 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 ich hab ihn grad was zugelegst oh ich hab ihn ich hab ihn von hier getroffen von hier in bestimmten Flächen schon nein ich hab einfach so geschossen ja als er sich hier langgegangen ist ne ne oh warte pflanzen pflanzen äh ja ich glaub das äh wo hier sind ja gar keine Töpfe doch lol lol okay ich bleib mal beim Pakchoi ja ich glaub du brauchst aber mal ne Heilung äh ja 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 und ich ah ja auch danke bitte sooo dann so dann so oh Pakchoi los Teil aus nein Pakchoi nicht sterben okay Pakchoi ist tot er teilt zwar viel aus aber er hält nicht so viel aus what the okay hä äh jo da ist noch ein oldstar oh mach da hinten mach du mir Platz und da kommen wieder ein paar Zombies wir werden kein Problem sein oh aber Welle 20 wenn wir noch bis Welle 20 kommen dann ist ja gut oder nicht oder nicht auf jeden Fall äh wo bin ich hier was ich dich auch oh zwei oldstars nein ich kann keine Selbstwiederbelebung mehr machen oder doch einer beim Notfall beim Notfall äh machst du dann ich bin tot ich bin fast tot mach du schnell heil mich ich meine wieder beleb mich ich konnte keine Wiederbelebung ich meine Heilung machen komm beide heilen wir heilen beide ok ich habe auch noch einen Garten geht es überhaupt nicht gut aber wenigstens sind wir bis Welle 20 gekommen sag ich schon mal voraus weil das auch wahr ist genau warte hä ok warte der letzte hat mir das ist für den Garten ok wir werden aber jetzt immer noch bis zu unerbittlich ich glaube Pflanzen sollten wir nochmal hier sind die oh Bambus muss auf jeden Fall rein ey aber auf jeden Fall aber wir wurden gerade richtig zerberstet aber wir haben uns noch rausbekommen ja also rausgefischt Fisch Fisch immer diese Fische ich geh die hier auch so ok jetzt mal mein Bambus noch dahin ach nein ok der geht der geht auch ah bitte lass den nochmal kommen da kommt glaube ich ne oh ja schon aber ist auch gut Diamanten die 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 Diamanten ja ich sitze mal den hier ähm ich sitze mal egal was ist Bambus ich hab genug davon ich höre ihn wo ist er ich hab ihn gehört brauchste Heilung ja brauche ich auf jeden Fall ich hab grad noch oh jetzt ist mir die Pflanze auch tot oh wie ich hier so liege einfach mal so ach so du ach so ja neben mir ist gleich der Bomber ganz geil soll ich nochmal wiederbeleben komm ja ok unser Garten ist tot wegen ähm Dings hier nein du lässt den Garten in Ruhe du Scheißsack zogen wir mal bekommst du gleich ja ok ich bin fast tot aber das hat sich gelohnt ja ich auch oh ein HP ein HP ein HP 11 HP nein egal ich hab ein HP ich reiß das jetzt mit einem HP Junge Junge nein boah drei HP wo bist du Digga wo war er da ich hab drei HP Digga ey komm 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 nein nein au Scheiße man oh letzte Sekunde ok komm hier heimisch heimisch ne wir müssen nach oben ja stimmt wir sind ja keine Pussis ich zumindest ähm ich auch nicht wirklich welche so ok der hat nicht mehr viele Leben der Hund alter der Hund das Gute ist ich mach Feuerschaden oh ne da waren welche egal Welle 20 GG 80 Minuten Aufnahmezeit ein bisschen mehr sogar aber wenigstens Level Welle 20 und dann noch über 100 Kills ne 19 nur ja ok aber wir waren glaube ich fast bei der Hälfte mhm wie viele Wellen gibt's eigentlich unendlich unendlich aha aber GG auf jeden Fall ne good game aha da gibt's noch was drauf an ja und dann sehen wir uns beim nächsten Part ich hoffe euch hat's gefallen ja das hoffe ich auch ja und ähm Welle 19 fasst am Rekord also ja 21 war der Rekord aber ja war es nicht sogar 23 ne doch doch 23 ich kann mich noch dran erinnern 23 war's ja es war 23 ok aber 4 wir hatten auch scheiß Bosse zum Beispiel wir hatten Vampir wir hatten dann noch die Riesen und die Riesen die machen so viel Schaden die hauen uns um aber nicht den Garten da hatten wir den Vorteil das ja ja und dann hatten wir ein paar Diamanten das war auch gut und ja wir sehen uns im nächsten Part Bye Bye und Ciao tschau 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 tschau